Hallo zusammen, hier geht es um Fun and Action oder wie bringe ich meinem Hund, der noch nie einen Reifen gesehen hat, bei, dann durchzuspringen. Aber schaut selbst! Sehr schön! Falls ihr Fragen habt, bin ich jederzeit für euch erreichbar und wünsche euch weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal, Martinas-Vier-Pfoten-Akademie.